Bitcoin steigt auf über 47.000 US-Dollar. Gemeinsam gucken wir uns mal an, woher eigentlich dieser Aufstieg kommt und ob es immer noch Sinn macht, in Bitcoin einzusteigen. Bevor wir uns die Sachen aber ansehen, sprechen wir natürlich über die aktuelle Marktsituation. Die Gesamtmarktkapitalisierung ist um solide 4,68% angestiegen. Das kann sich absolut sehen lassen. Bitcoin-seitig sieht das absolut rosig aus. Wir sprechen mittlerweile zum Zeitpunkt der Aufnahme von einem Preis von 47.500 US-Dollar und wir sehen hier ein Plus von über 5,89% alleine in den letzten 24 Stunden. Die meisten Altcoins versuchen hier so ein bisschen Schritt zu halten. Das funktioniert aber eher schlecht als recht. Und genau deswegen sollten wir uns nun damit mal beschäftigen, was jetzt hier eigentlich gerade passiert. Bereits vor einigen Tagen habe ich darüber gesprochen, dass wir anhand der Daten von Rackcapital eben nachvollziehen konnten, dass wir sehr wahrscheinlich in der kommenden Woche das sogenannte Pre-Halving-Event sehen werden. Eine kleine Rallye, die dann starten soll. Mittlerweile wissen wir es besser. Die Spielregeln haben sich ein bisschen verändert. Und diese wunderbare Situation, in der wir uns gerade befinden, dieser Anstieg, der ist doch frühzeitiger gekommen, als wir es eigentlich gerade gesehen haben. Und es sieht gerade auch so aus, jetzt hätten wir das Potenzial, wie gestern zum Beispiel im Video besprochen, die 48.000 bis 51.000 US-Dollar tatsächlich noch wahr werden zu lassen in dieser Bewegung. Denn unter anderem wissen wir, dass der Markt gerade nicht wirklich überhitzt ist. Und das sieht man relativ gut an der Funding Rate, die unten einmal markiert ist. Also das Potenzial ist absolut gegeben, dass wir in dieser Situation weiter ansteigen, dass wir die 48.000 US-Dollar noch im Laufe des Tages überwinden. Und da bekommen wir noch einiges an Rückenwind. Doch bevor wir nun besprechen, woher eigentlich der Rückenwind kommt und ob es noch Sinn macht, jetzt in Bitcoin zu investieren, solltest du dich über den ersten Link in der Videobeschreibung anmelden und verifizieren. Hier bekommst du nämlich direkt erst mal 10 Euro geschenkt. Außerdem hast du auf die ersten 10.000 Euro Volumen keine Gebühren zu zahlen. Du kannst Krypto-Sparpläne aufbauen, um diesen Investitionsprozess komplett zu automatisieren. Du kannst passives Einkommen verdienen über Lending und Staking. Es gibt Steuertools, all das auf einer regulierten Plattform. Von daher check gerne mal den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Das Thema Rückenwind ist in der aktuellen Situation wirklich maßgeblich und hat diesen Preisanstieg noch mal ordentlich beschleunigt. Denn wir wissen, dass ja die Bitcoin-Spotty-TFs live sind. Das ist erst mal kein Geheimnis. Und wir wissen eben auch, dass vor allem gestern noch mal ordentlich viel Kapital in den Markt geflossen ist. Das ist der dritterfolgreichste Tag, den wir seit dem Start der Bitcoin-Spotty-TFs gesehen haben. Hier sind nämlich insgesamt Influss von 403 Millionen US-Dollar dazugekommen. Alleine BlackRock auf der ganz linken Seite kommt hier auf einen Wert von 204 Millionen, gefolgt von Fidelity mit 128 Millionen. Und wir sehen immer noch Outflows von 102 Millionen bei Grayscale. Trotzdem erst einmal ein extrem positives Bild. Und man muss eben auch dazu sagen, dass mittlerweile BlackRock wirklich mit seinem Produkt die Marktherrschaft eingenommen hat. Vielleicht noch nicht, wenn es darum geht, wie viel Volumen sie eigentlich aktuell halten. Aber wenn es darum geht, wie viel Volumen sie am Tag abwickeln, dann sind sie unangefochten auf dem ersten Platz. Alleine wenn wir uns hier die Daten von Bloomberg einmal angucken, dann ist eindeutig erkennbar, dass sie hier wirklich unangefochten auf dem ersten Platz unterwegs sind. Erst dann kommen vom Volumen Grayscale und dann Fidelity und dann folgen alle anderen Produkte. Und mich interessiert natürlich vor allem, wie es hier in der nächsten Zeit weitergehen wird. Außerdem dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, diese Spotty-TFs mit anderen Marktteilnehmern wie zum Beispiel MicroStrategy zu vergleichen. Mittlerweile ist es nämlich sogar so, dass diese neuen Bitcoin-Spotty-TFs mehr Bitcoin halten, als es MicroStrategy tut. Auch das hat natürlich nochmal die Verteilung so ein bisschen verändert. Wir haben also viele verschiedene Großkaliber, die heute engagiert dabei sind, Bitcoin-Bestände aufzubauen durch teilweise eben auch Kundengelder selbstverständlich. Aber am Ende verknappt sich hier natürlich wieder weiter das Angebot, was natürlich langfristig gesehen einen massiven Impact auf den Preis haben wird. Und damit kommen wir eben auch zu der Frage, ob es Sinn macht, jetzt in Bitcoin einzusteigen. Wenn du mich jetzt fragen würdest, sollte ich jetzt in Bitcoin zum Beispiel 2.000 Euro investieren, dann würde ich sagen, nein. Bei 47.500 US-Dollar ist das vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Wir haben gerade in den letzten sieben Tagen ein wunderbares Plus von über 11% realisieren können. Das ist gerade der falsche Moment, um Bitcoin-Bestände aufzubauen. Aber sei unbesorgt. Es gibt glücklicherweise weitere Kaufmöglichkeiten, die sich ergeben werden, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Dazu gucken wir uns nochmal die Daten von Red Capital an. Und er hat ja hier aufgezeichnet, dass wir hier in dieser wunderbaren Pre-Halving-Event-Zone sind, wo wir eben auch diesen wunderbaren Preisanstieg erleben werden, der gerade stattfindet. Und da wird sicherlich noch den ein oder anderen Tausender nach oben gedrückt. Das werden wir sicherlich in den nächsten Stunden herausfinden. Was aber anschließend mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit passieren wird, ist eben dieser rote Bereich. Und da sprechen wir dann vor allem mit dem Harving und nach dem Harving von einer Korrektur, die nochmal eintreten kann. Und die Korrektur würde dann dazu führen, dass wir nochmal in den unteren Bereich von 40.000 US-Dollar korrigieren. Denn wir haben damit also weitere Chancen, nochmal unsere Positionen aufzubauen. Deswegen macht es gerade in der Situation viel Sinn, sich mit der aktuellen Marktlage zu beschäftigen, sich die Preise anzugucken und sogar einiges an Kapital an die Seitenlinie zu bringen, um sich dann gerade mit einer Korrektur, die früher oder später kommen wird, eben auch entsprechend mit Beständen eindecken zu können, wenn man das möchte. Aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. Das ist hier keine Finanzberatung und auch keine Anlageberatung. Das sind deine Entscheidungen, die du am Ende des Tages triffst. Und an der Stelle wäre es total wunderbar, wenn du dir eine Sekunde Zeit nimmst, um dem Video einen Daumen nach oben oder nach unten da zu lassen, je nachdem wie es dir gefällt. Und solltest du noch Verbesserungsvorschläge haben für mein Daily Content, dann schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Zusammenfassend kann man also wohl sagen, dass wir gerade in einer wirklich bullischen Marktlage unterwegs sind. Der Bitcoin hat es hinbekommen, die 47.000 US-Dollar zu überwinden und scheint dieses Niveau auch erst einmal aufrechterhalten zu können. Die Wahrscheinlichkeit 48.000 bis 51.000 US-Dollar zu sehen, ist gar nicht so klein. Und das vor allem deswegen, weil wir sehr viel Rückenwind durch die Bitcoin-Spot ETFs bekommen. Wir haben vor allem in den letzten Tagen einen erhöhten Inflow-Wert gesehen. Viel Interesse von institutionellen Investoren, die eben Bitcoin noch mal ein bisschen tragen. Außerdem ist der Markt zum jetzigen Zeitpunkt, wenn wir uns die On-Chain-Daten angucken, noch nicht wirklich überhitzt. Das spricht ebenfalls für einen weiteren Preisanstieg. Dennoch mussten wir darüber sprechen, ob es jetzt gerade in dieser Situation Sinn macht, Bitcoin-Bestände aufzubauen. Wenn man DCA betreibt, dann vielleicht schon. Wenn man jetzt aber mit einem größeren Batzen Geld einsteigen möchte, dann vielleicht doch noch mal auf eine Korrektur warten, die früher oder später kommen wird. Das muss aber jeder natürlich für sich selber entscheiden. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und mich würde es extrem freuen, wenn du einmal die Videobeschreibung abcheckst. Da kannst du mich nämlich unter anderem für meine Arbeit unterstützen. Unter anderem auch einen Handelspartner, wo du dir bis zu 5.150 Dollar abholen kannst an Boni. Check die Seite also gerne mal aus. Und wenn es um Neuigkeiten und so weiter geht, dann gerne mal X bzw. Telegram auschecken. Hier bin ich super aktiv und wir tauschen uns bei Telegram unter anderem auch zu allen relevanten Krypto-Inhalten aus. Von daher tritt der Gruppe gerne mal bei. Ansonsten hoffe ich natürlich aber auch, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Morgen geht es dann weiter mit dem nächsten spannenden Video. Ich freue mich auf dich, hab noch einen wunderbaren Tag und dann sehen und hören wir uns morgen wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ich freue mich auf dich. Ciao, ich freue mich auf diesem Frühstück. Ciao, ich freue mich auf dich, bist du uns anomaly auf dich sehr häufig. Da dieesa WM-Dajes gibt, dass ich veisty das für dich, das ist und wie gut geil ist. Ich freue mich auf dich, mein Ge Haven funktionierer. Vielen Dank.